Nicht mal ein Jahr. Anne Wünsches Sohn macht erste Schritte. Anne Wünsche, 31, platzt vor Stolz. Die Influencerin ist im vergangenen Jahr zum dritten Mal Mama geworden. Sie und ihr Partner Karim El Kamufi, 34, hatten... Untertitelung des ZDF, 2020 Sie und ihr Nachwuchs noch auf wackeligen Beinen munter auf sie zuläuft. Auch wenn sich Anne sehr darüber freute, stimmten sie Savios ersten Schritte auch emotional. Ich bin erst einmal heulend zusammengebrochen, weil ich mir dachte, er ist noch nicht mal ein Jahr alt, erklärte die Influencerin. Vor einem Jahr lag ich noch hochschwanger auf dem Sofa und konnte mich nicht bewegen, und jetzt fängt er an zu laufen, wandte sie sich ungläubig an ihre Follower. Und das hat sich schon wieder auszelt. Dwinh